Hallo und willkommen zu Eine Wand trocken mit Sascha, heute mit Back to the Start. Und wie immer mache ich mit euch jeden Achter einmal trocken, lasse am Anfang auch die Drehung weg und wir setzen uns danach zusammen. Jetziger Tanz, Back to the Start. Wir starten mit dem rechten Fuß, gehen drei Schritte vorwärts, linkes Knie hoch, Hitch, drei Schritte vorwärts, rechtes Knie hoch, Hitch. Hier kommt später dann auch eine Drehung, schon bei Count 4, vor, vor, vor und beim Hitch die Vierteldrehung nach rechts, vor, 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 Knie hoch. Zweiter Achter ist dann eine Grapevine nach rechts, wir haben ein Side, dahinter, Side, Touch, Side, dahinter, Side, Touch. Der dritte Achter ist dann ein Heel, Close, Heel, Close, Twist rechts zurück, Twist rechts zurück. Und als vierten Achter haben wir dann noch die Step-Touches, einmal diagonal vorwärts, dreimal diagonal rückwärts, mit Step-Touch gehen, Clap, Step, Clap, Step, Clap, Step, Clap. In der Verbindung einmal aus zwei Positionen gezeigt, einmal mit Start auf 12 Uhr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir stellen uns einmal vor, wir wären fast einmal komplett herum, Start auf 9 Uhr, dass ihr den Rest auf 12 Uhr seht, mit einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war Back to the Start, viel Spaß beim Üben, bis zum nächsten Mal. Das war Back to the Start.